Hier ist Dreambeam for Global Change, supported by Castor TV. Ja, ich bin jetzt hier an der Eastside Gallery. Ja, wie zu sehen ist, ist erst mal hier. Wie zu sehen, ich habe gerade einen Kran. Die Leute sind ein bisschen übernächtigt hier von der Nachtwache. Ja, hier herrscht eigentlich schon reges Treiben. Vorne ist die Lücke zur Baustelle. Vorne ist die Lücke zur Baustelle, da werde ich gleich mal rüber schwenken. Und euch das mal kurz zeigen, ist gerade ein Kran vorgefahren. Wozu auch immer. Die Polizei kommt jetzt hier noch mit einem zusätzlichen Wagen angefahren. Also es sieht so aus, als ob das gleichwohl vollzogen werden soll hier. Es wäre nett, wenn die Leute mal kommen. Vielleicht ein bisschen eher als üblich. Weil mit Mahnwache sieht es noch nicht so aus. Ja, man sieht da hinten sind zwei, vier, sechs Bauleute. Da herrscht schon reges Treiben hinter der Mauer. Ja, man sieht da so dann die schöner. Ja, man sieht da vorne, dass sich da ein paar Polizisten absprechen. Die sind wohl gerade neu gekommen. Ob zur Ablösung oder nicht, weiß ich nicht. Da wird gerade was angedeutet, gezeigt. Ja, schauen wir mal, wie es hier weitergeht. Hier ist jedenfalls gerade schon ein Kran gekommen. Es befindet sich jetzt hinter dem Mauergrundstück. Das war's. Das war's. Das war's.